Servus Leute, heute habe ich ein Raid für euch auf Customs, da gab es einiges am PvP, obwohl es eigentlich ein Boss-Farm-Raid war, ich wollte eigentlich bloß Rishala suchen und ihn killen fürs Predator-Shirt, ein bisschen farmen die 15 Mal. Aber es kam anders, einige PMCs, die Spear konnte ihre Stärken ausspielen, wie man gleich sehen wird, als beste Waffe in Tarkov und es wurde kein Boss-Farm-Raid, sondern ein wirklicher PvP-Raid und den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv slash outsider, würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut, Link unten in der Description und im ersten Kommentar, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, Daumen nach oben, ciao unter dem Video, jetzt viel Spaß. Oh, hat nicht geleckt. Rishy. Ich glaube, hier kann passieren, oder? Hast Glück gehabt, Gizet. Liegt irgendwie an deiner Verbindung, Kommande. Probier mal einen anderen Browser, Steuerung 5 neu laden. Spontanes hinlegen, das hat er drauf. Sof. Sof. Okay. Das war's für heute. Das war ein kleiner Buschcamper mit seiner Setup Quest. Okay. Ja, jetzt ist aber gut. Ich hab gehört, dass du tot bist. Ich glaub, wenn irgendwas da ist, dann nicht hier. Okay. Das ewige Gesäufze. Wenn's so lang ist, ja, wie jetzt da gerade, aber ich finde, das ist okay. Man hat sich doch recht schnell dran gewöhnt, finde ich. Druck auf den Ohren. War nicht so geil. Pistolierer Master. Bleibt nix. Müssen wir rüber zum Fortdox, ne? Vielleicht ist er da. Oder noch da. Da waren schon einige Shots da. Irgendwer hat hier Scafs abgeschossen, so wie's aussieht. Ah, da laufen noch Scafs rum. Hab ihn. Ich glaub, das war er. Ja. 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 Ja, das war's gut. Es war's gut. Wir haben es bei euch. Ja, wir haben uns gestartet. Okay, wir sehen uns mal hier mal wieder. Jetzt kommt der Airdrop, ey. Eigentlich brauche ich gerade Sound, wenn ich da ranrenne. Wisst ihr, neues Bier ist schon die beste Waffe. Okay, also sauteuer, aber auch saugut. Da hört einfach gar nichts, ey. Tun sie mir jetzt mal. Wenn was da ist, dann müsste er hier sein. Spiele. 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 Das ist der scheiß Airdrop hier. Spiele. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war eine schöne Runde hier bis jetzt. Irgendwie der fünfte Kill schon. Da wollte ich hier bloß kurz mal nach der Schala schauen. Und eigentlich sollte auch irgendwo gespawnt sein. Beine net. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der Sound funktioniert hier gut, muss ich sagen. Der Sound funktioniert hier eigentlich ganz gut. Ah, das ist bloß Vierer, okay. Ist auch gut, dass er bloß eine SVD hat. Die ist bei beiden halt nicht so zugebrochen, ne? Für uns auch wieder Customs. Ja, ich glaub, die sind ja auch irgendwo gespawnt. Bist du bist gestorben, weil du bist gestorben, weil zu wenig Muni? Ah, das sollte nicht so zugebrochen, das soll dir nicht passieren, aber so ist es hin und wieder. So ist es ja, sieben Kills, sieben Kills, sieben Player geholt? Das ist ordentlich, das ist nicht schlecht. Aber wir looten die zwei jetzt dann gehen wir raus hier, würde ich sagen. Gut, dass der bloß eine Bolt hatte, ich hoffe, hier hinten liegt keiner. Oh, nein, ich habe ihn auch. Okay. 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 So bleib, die Maske kann ich ja eh kaufen. So blieb, die Maske kann ich ja eh kaufen. Man muss nicht Crossroads. Der war stacked. Jupp. Der war absolut stacked. Na, gute Runde. Ich glaube, 6 PMC-Kills. Irgendwie mal so auf die Schnelle. Obwohl ich eigentlich bloß durch wollte. Hat sich irgendwie entwickelt, ne? Für die KS gibt es, ähm... Ja, so Blend-Money. Da, wo du bist. Ah, es ist selten. Sie ist auch nicht sehr verlässlich. Aber in der richtigen Situation kann es halt extrem nervig sein. Selten nicht immer für die Flash-Quest. Ah, das liegt daran hier drin, dass die halt nicht richtig geflasht sind. Also, du denkst zwar, die sind geflasht, aber dass das Ding halt einfach nicht gut funktioniert. So, sag mal. Wir haben mal eine schnelle 6-Kill-Runde. Zack, 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 zack. Keine Ahnung, wer der... Ach, das war der hier, der hier. Na gut, machen wir eine Runde Hallo YouTube draus. War auch eine 6-Kill-Runde. Könnt ihr mal verwenden. Machen wir mal Hallo YouTube. Mal sehen, mal sehen, was heute im Chat los ist. Heute ein bisschen ruhiger. Auf geht's mal alle Hallo YouTube im Chat. Du hast dreimal Full Flash, hat nur zwei Sekunden gehalten. Keine Ahnung, ob das jetzt weniger ist oder so. Ah ja, geht ja ein bisschen, geht ja ein bisschen. Das wäre mir jetzt gar nicht so schlecht. Das wäre mir jetzt gar nicht so schlecht, ne? Die Spir ist eine gute Waffe. Kann man spielen. Auch mal sehen, was heute noch kein Stufeil Bis zum nächsten Mal.